Eine Woche nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein richtete sich der Blick auf Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland. Dort wurde der Landtag ebenfalls neu gewählt und in diesem Video soll das Wahlergebnis mitsamt der Gewinne und Verluste der einzelnen Parteien dargestellt werden. Außerdem schauen wir einmal auf die Sitzverteilung und die Koalitionsmöglichkeiten. Und bevor wir mit dem Endergebnis, zumindest mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis, beginnen werden, will ich kurz nur eine Sache loswerden. Es gibt auch noch ein Video mit ein paar Wahlanalysen zu dieser Landtagswahl, zum Beispiel wie die Verteilung der Stimmen bei verschiedenen Altersgruppen ist und wie bestimmte Wahlkreise gewählt haben. Da gibt es also noch ein Zusatzvideo und wer sich dafür interessiert, der kann ja mal unten in die Beschreibung schauen und dem Link folgen oder er kann auch der Infokarte zu diesem Video folgen. Und hier sieht man schon das Wahlergebnis und da beginnen wir bei der Linkspartei, die also haarscharf am Einzug in den Landtag vorbeischrammt. Mit 4,9% ist man also wirklich nur minimal unter dieser 5%-Hürde geblieben, aber unterhalb ist unterhalb. Das heißt, die Linke verpasst den Einzug in den Landtag und damit schafft sie es nicht, nach 2010 wieder in Nordrhein-Westfalen in den Landtag einzuziehen. Das war allerdings eine Zitterpartie am Wahlabend, denn lange Zeit lag die Linke genau auf 5,0%. Letztendlich, so scheint es, hat es also nicht gereicht für die Linkspartei. Dann haben wir die SPD, der noch amtierenden Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Diese muss gewaltige Verluste hinnehmen, die werden wir auch gleich nochmal numerisch sehen. Die SPD kommt auf 31,2% und der Koalitionspartner der SPD, die Grünen, sind auch deutlich abgefallen und kommen noch auf 6,4%. Also da ging es auch in Richtung 5%-Marke und für die Grünen ist das natürlich ein ebenfalls desaströses Ergebnis. Die Piraten fliegen jetzt auch aus dem letzten Landtag heraus. Mit einem Prozent haben sie also sozusagen endgültig Schiffbruch erlitten und die FDP feiert ihr bestes Ergebnis in Nordrhein-Westfalen überhaupt. Mit 12,6% wird sie drittstärkste Kraft und die CDU hat gestern ebenfalls gefeiert. Mit 33 Prozentpunkten ist sie also die neue stärkste Kraft in Nordrhein-Westfalen und hat damit die Wahl gewonnen und die AfD schafft den Einzug in den 13. Landtag hintereinander mit 7,4%-Punkten. Schauen wir uns jetzt die Gewinne und die Verluste für die einzelnen Parteien an. Da sehen wir, die Linkspartei hat im Grunde ihr Stimmergebnis von 2012 verdoppelt, aber wie gesagt, es hat knapp nicht gereicht, um in den Landtag einzuziehen. Dann haben wir drei Verlierer. Das sind einmal die beiden Regierungsparteien, die SPD und die Grünen. Die haben zusammen fast 13% an Stimmen und damit Zustimmung verloren. Die SPD mit den größten Verlusten, fast 8% geht es nach unten. Die Grünen haben auch 4,9% verloren, also auch einen gewaltigen Anteil ihrer Stimmen von 2012. Die Piraten haben auch fast alles eingebüßt, was sie hatten. 6,8% geht es nach unten. Und zu den Gewinnern zählen dann noch die FDP plus 4%, die CDU plus 6,7% und die AfD plus 7,8%. Und bei der AfD ist es ja so, dass alle Stimmen ja zugleich ein Gewinn waren, denn die AfD gab es ja vor fünf Jahren bei der letzten Landtagswahl noch nicht. Deswegen hat sie auch numerisch gesehen, die größten Gewinne zu verzeichnen. Aber wir sehen es hier ganz klar, von den bisher im Landtag vertretenen Parteien hat also die CDU den größten Gewinn zu verzeichnen und die FDP hat aber auch ein sehr gutes Wahlergebnis erzielt. Was heißt das jetzt, wenn wir auf die Sitzverteilung blicken? Insgesamt gibt es durch Überhang und Ausgleichsmandate 199 Sitze im neuen Landtag in Düsseldorf und 69 davon entfallen auf die SPD, die nun, wie wir eben gesehen haben, auch nicht mehr die stärkste Partei ist und damit auch nicht mehr die stärkste Fraktion ist. Die Grünen kommen auf 14 Sitze und stellen fortan die kleinste Fraktion. Dann haben wir die FDP mit 28 Sitzen, die CDU kommt auf 72 Sitze und die AfD auf 16. Und wenn es 199 Sitze im Landtag gibt, dann braucht man also folglich genau 100 Sitze, um eine absolute Mehrheit zu haben. Und schauen wir also deshalb auf die Koalitionsmöglichkeiten. Was ist jetzt überhaupt denkbar? Da sehen wir fünf in grün eingefärbte Koalitionen, wenngleich man sagen muss, dass diese Dreierbündnisse, die wir rechts sehen, alle unwahrscheinlich sind. Da haben wir zum Beispiel die SPD zusammen mit den Grünen und der FDP, also die Ampelkoalition. Das wurde im Vorfeld der Wahl von der FDP kategorisch ausgeschlossen. Dann haben wir eine zweite Dreierkoalition, die möglich wäre, die Jamaika-Koalition, also Grüne, FDP und CDU. Aber da haben die Grünen schon signalisiert, dass das keine Koalition für sie wäre. Und da FDP und CDU, wie ihr es auch links sehen könnt, sowieso eine eigene Mehrheit haben, brauchen sie auch keinen weiteren Koalitionspartner. Deswegen können wir diese Koalitionsmöglichkeit sowieso streichen. Und dann gibt es noch das Dreierbündnis FDP, CDU plus AfD, das eine theoretische Mehrheit hätte, aber praktisch nicht umsetzbar ist, da ja die AfD mit keinen anderen Parteien koalieren möchte und keine der anderen Parteien mit der AfD koalieren möchte. Das heißt, es gibt im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder eine große Koalition unter CDU-Führung oder eine schwarz-gelbe Koalition. Und am Wahlabend hat sich noch keiner festgelegt. Die Tendenz geht allerdings schon eher zu schwarz-gelb, wenngleich die Differenzen nicht wenige sind, die diese beiden Parteien also voneinander trennt. Christian Lindner hat ja auch schon in einem zugespitzten Satz formuliert, eigentlich ist doch Armin Laschet gar nicht der Koalitionspartner für die FDP, genauso wenig wie die FDP eigentlich der Wunschkoalitionspartner der CDU sei. Aber das dürfte vielleicht auch eher taktisch geprägt gewesen sein, diese Aussage. Fakt ist aber trotzdem, dass die FDP und die CDU in einigen Punkten noch sehr verschiedene Meinungen haben, zum Beispiel was die Bildungspolitik betrifft, was Studiengebühren betrifft und auch was eben innerhalb der Bildungspolitik G8 und G9 betrifft. Das sind also nur einige dieser Punkte, die zum Beispiel aus dem Bildungsbereich noch Differenzen sind. Ansonsten also gibt es fernab von Schwarz-Gelb noch die Große Koalition. Auch da werden sicherlich erste Gespräche trotzdem geführt mit der SPD, denn Armin Laschet hat angekündigt, mit allen demokratischen Parteien Gespräche zu führen. Momentan allerdings sieht es so aus, als könnte es also einen gänzlichen Regierungswechsel geben. Das heißt, beide Koalitionsparteien, die bisher regiert haben, werden im nächsten Landtag also nur in der Opposition sein. Denn CDU und FDP haben eine ganz, ganz minimale Mehrheit. 100 Sitze braucht man, 100 Sitze haben sie. Und dann wird man sehen, ob die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und FDP erfolgreich sein werden. Das also mal zum Wahlergebnis. Und wie ich es angekündigt habe am Anfang, es gibt auch noch ein Video mit ein paar Wahlanalysen. Wie gesagt, Altersstruktur ist da ein Punkt, aber wir schauen auch mal auf die Wahlkreise der Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien und schauen mal, wie dort die Stimmenverteilung ist. Und wir schauen zum Beispiel auch mal auf das Ruhrgebiet, die eigentliche Hochburg der SPD und schauen mal, wie die SPD dort abgeschnitten hat im Vergleich zur Wahl von vor fünf Jahren. Der Link dazu also zu diesem zweiten Video befindet sich unten in der Beschreibung oder ihr könnt ja, wie erwähnt, die Infokarte zu diesem Video verwenden.